zusammen und herzlich willkommen in diesem video möchte ich euch zeigen wie ich gekocktes oder eier manchmal für meine familie oder gäste anrichten viel spaß beim zuschauen so ich habe hier gekockte eier die ich in zwei hälften geschnitten habe und da oben kommt ganz einfach sito soße und das kann man wunderbar am wochenende für die familie machen oder gäste hat ja das wollte ich euch zeigen danke fürs zuschauen wenn da was